Es war einmal ein Ort, in dem Bücher durch Computer ersetzt wurden. Ein Ort, in dem es keine neuen Ideen gab. Dort gab es noch eine letzte Zuflucht in die eigene Fantasie. Eine Bücherei. Hey, was ist das denn? Hey, was passiert hier? Hilfe! Wo bin ich? Ich bin nicht mehr in der Bücherei. Oh, ein Bonbon. Und noch eins. Einige Bonbons später. So finden wir ganz sicher nach Hause. Lass uns doch mal eine kurze Pause machen. Hey, wieso isst du unsere Spur auf? Eure Spur aufessen? Ich? Wir haben die Bonbons als Spur gelegt, damit wir nach Hause finden. Habt ihr denn kein Handy? Was ist ein Handy? Ihr kennt kein Handy? Nein. Das hier ist ein Handy. Wow! Oh, kein Empfang. Mist. Wer seid ihr eigentlich? Ich bin Hänsel. Und ich bin Gretel. Und zusammen sind wir? Hänsel und Gretel. Und wie bringen wir euch nach Hause? Hey, was macht ihr denn hier? Hier im Wald ist es gefährlich. Hier läuft ein böser Wolf herum. Ja, das tut er. Wir wissen nicht, wie wir nach Hause kommen. Da kann ich euch helfen! Meine beste Freundin Schneewittchen. Die kennt sich ja gut aus. Ich bringe euch zu ihr. Kommt. Oh, dann gibt es heute doch kein Ruhkäppchen zum Dessern. Zurück in der Wirklichkeit. Zurück in der Wirklichkeit. Ein Buch mit Lichteffekten. Ja, cool! Hä? Wo bin ich? Oh, ein Haus. Mal schauen, wer dort wohnt. Vielleicht ist die Tür hier offen. Ein Apfel. Mh, ein Apfel. Hey, das ist mein Apfel. Kann sein, aber ich habe Hunger. Und wer bist du eigentlich? Ich bin Schneewittchen. Ja, ja, und ich bin Spongebob Schwammkopf und lebe in einer Ananas. Hallo, Spongebob Schwammkopf. Aber der Apfel gehört mir. Also her damit. Aber ich habe Hunger. Der Apfel gehört mir. Gib ihn mir. Kurz zuvor im Wald. Hi, Schneewittchen. Hi. Hi. Schneewittchen, kannst du den dreien helfen? Sie finden nicht mehr nach Hause. Aber selbstverständlich. Doch jetzt ist es draußen schon dunkel. Übernachtet doch hier. Und morgen zeige ich euch den Weg. Das klingt gut. Ach ja, und heute kommen ein paar Freunde von mir. Und wir machen eine Party. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr dabei wärt. Oh ja! Party time! Irgendwie fehlt Musik. Yeah! Kommt, rockt ab! War es etwas so schlecht? Ihr habt keine Ahnung von Musik. Ey Leute, ich habe richtige Musik mit. Wow! Sprechen hoch, alle Träume werden wahr. Sprechen hoch, jetzt geht es los. Sprechen hoch, dein Ziel ist zum Anzeigen. Sprechen hoch, der Schilderweiter hat schon. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann feiern sie noch heute. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018